Ich bin jetzt gerade fertig mit dem Duell. Das war anstrengend, das ist eine ungewöhnliche Situation, aber es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, weil ich glaube, das muntere Duell hat gezeigt, wo die Unterschiede liegen. Und da müssen wir Sozialdemokraten uns nicht verstecken. Was immer in solchen Momenten wichtig ist, ist, dass ich weiß, dass ihr alle hinter mir steht. Dass, wenn man da so nervös steht am Anfang, das ist der Punkt, wo ich dann einmal tief durchatme und weiß, ja, ihr seid da. Und dafür lohnt es sich, das alles zu tun. Dafür, dass wir am Ende gemeinsam gewinnen. Also, auf geht's in die letzten Tage. Gebt nochmal alles, weil wir wissen, Umfragen sind nichts wert. Wir lassen uns nicht einnullen. Wir müssen kämpfen bis zur letzten Minute. Alles Gute für euch und wir sehen uns am Wahlabend.